Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. So, an der Neute, die sehnlichst erwartete Fahrfilm für die S36, und zwar genauer gesagt die Zugpackung 26360 von Märklin. Wir setzen uns jetzt einmal zurück in die 20er Jahre, also vor ziemlich genau 100 Jahren, ist die S36 hier in Bayern gefahren. Später wurde sie umbenannt auf die Baureihe 18. Die Lok mit allen Features werden wir euch jetzt dann vorstellen, auch zusammen mit dem dazu passenden Schnellzugwagen dieser damaligen Zeit. Die Lok wird wahrscheinlich sehr authentisch sein, bei den Wagen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das authentisch ist, ob die wirklich so gefahren sind, aber die Wagen passen zur Lok, das kann man auf jeden Fall sagen. Viel Spaß mit dem Film, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. 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 Das war's.